Hä? Was ist das für ein Strahl? Das ist ja unangenehm. Wie lange bist du schon nicht mehr gefügelt worden? Hör auf, nicht schon wieder. Hallo, Jungs! Hallo! Ah! Oh, tut mir leid. Du solltest mit diesem Jean-René ins Bett gehen. Zeit für den Hausputz. Lass dich Binnenweben wegfliegen. Ich schleff heute Giraffe, den Cretan da. Socken in Sertal. Das ist ja so abgehört. Egal, deine Oma hat gesagt, spießig, fickt gut. Nein, dumm, fickt gut. Wir sehen uns erst am Wochenende. Noch drei Tage ohne Sex? Ich bin doch kein Tier. Lolo, was treibst du denn hier in meine Bett? Eloi, mein Sohn. Jean-René, hallo. Jean-René? Echt krass, der Neue von meiner Mutter. Na gut, in ihrem Alter kann sie nicht mehr wählerisch sein. Wie findest du ihn? Ich mag seine Ohren. Weißt du, die erinnern mich an meinen Lieblingstrickfilmen. Welcher? Dumbo. Er ist nur geschmacklos gekleidet. Am besten, wir gehen shoppen. Das ist ja auch nicht wirklich... Ha! Du kennst dich doch mit sexuell übertragbaren Krankheiten aus. Ja, das ist meine Spezialität. Keine Sorge, ich hab alles im Griff. Jean-René! Was ist das? Wie kommst du darauf, dass ich an zwei zwanzigjährigen langbeinigen Blondinen interessiert sein könnte? Ha! Hey, hey, I'm calling you. Oh, klar. Ist doch nicht meine Schuld, dass du nur irre hast. Ha! Wenn du endlich einen tollen Typen finden würdest, würde das dein beschissenes Leben ändern. Das ist der Deal. Ihr geht an einen sehr üblen Ort. Wow! Und tut etwas, wobei ihr drauf geht. Dann retten wir mal die Welt. seares. mir einen Besatz aus. Das ist das Gummo-ooo. Paraas tours, Mari, hier ist ein Besatz. Wir gucken mal die Welt mal zu und schüttern.